okay das ist jetzt ganz viel und zwar davon so das gibt es aber auch noch in der farbe das ist ein baum flast ja aha laub so aber jetzt hey laub ja aber jetzt ist der typ der typ ist jetzt aber ja was ist das ein blatt ja und was ist aber das laub ja ja gelb und was ist der typ und was sieht er da aber warum ist es laut für ihn wenn er doch eigentlich ein typ damit steht das ist Das heißt Majorana? Majorana? Ich hasse dich zu sagen. Aber ja. Das muss sein. Majorana. Oh, das ist Paul. Ach so. Ach so. Hauptsache, ich habe zwei Kartoffeln gelegt. Das sah halt legit aus wie so eine Kartoffelgeige, Alter. Ich dachte, was baut der Tüte. Komm mal raus. Oh boy. Okay, okay. Keine Arme. Das ist ein N. Das ist ein N. Hä? Bei Arm. Ja. Minus R. Plus N. Hä? Hä? Für mich ist das so logisch. Aber für dich sind... Keine Arme. Nein. Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre so ersichtlich. So. Und wir das R wegnehmen und dafür ein N dranhängen. So. Amen. Also so das Grundprinzip dahinter erkennst du schonmal, oder? Ja, das ist eine Burg sowas. Ja genau. Okay, okay, okay. So und jetzt... Ach scheiße, jetzt muss ich das nochmal machen. So dumm. Und jetzt machen wir das. Jetzt machen wir das. Jetzt machen wir aber hier. Das ist der Boden. Jetzt ist da. Und die Treppe runter. Ups. Nein, jetzt ist das weg und jetzt ist hier die Treppe. Ich hoffe gar nicht. Ich hoffe gar nicht. Ich hoffe gar nicht. Okay, okay. Es geht darum, was wir auf dem Kopf drehen. Ah. Was? Ist dann irgendwas drauf? Meistens irgendein Hakenkreuz oder so. Wie schreibt man das? Das ist mit Absicht, dass das so Schieb auf dem Kopf ist, ne? Du bist ein Idiot. Aber heißt das nicht Biree oder so? B. Der steht jetzt fast. Oh, jetzt hab ich's. Holy shit. Biree, Altoo. Barr misschien.